oh god was ist das für ein riesen ein schender alles klar läuft bei ihm nicht so geil aha der hat auch sowas wie raketen ja läuft bei ihm das ding jetzt mein sich kaputt ich weiß nicht ich will sie sony schwer ist es man muss das ding jetzt mal endlich da und kriegen wir schießen doch hier unten ich schon alles ab 10 minuten aber noch da kommt dann hoch weil ich so das scheiße niemals im jahr gebaut muss oder mit drauf schießen keine ahnung ich weiß es auch nicht aber vorhin ging es doch hoch ne das ist es ja eben haben wir auch nicht weitergemacht ah jetzt ja los let's go hier war keine Busse rechts rum rechts rum ich bin hinter dir ich bin hinter dir alles gut und wenn ich schneller sein will drehe ich mich einfach rum oh kacke da war nicht so schlau da falsch gelaufen ähm ja okay bin da oder benedikt ist cool ja wir müssen erst zu hinter zu dem baum unten unten rechts und links haben wir so tun und ich gehe rechts ja ich gehe links ich versuche den Bus zu finden aber ich krieg keinen ich bin angeschossen verdammt bist du rechts? ich bin vor dir ja boah alter wenn du den irgendwann mal kriegst der ist richtig gut vor allem für solche Aktionen jetzt müssen wir aber in 8 minuten das Tor runter ich hab gleich gehen live ne 240 hab ich noch ja und hier wird es auch nicht viel besser ne ne ich hab hier irgendwo in der Nähe oh Gott ich will eigentlich irgendwo hoch das wäre hübscher ich hab noch 40 live ne dann überleg dich wieder ich gehe hier hinten und mach den Spawnhut an okay ich bin gleich da ach scheiße jetzt warten müssen Sekunde bin bei dir es ist aktiviert bin bei dir hier ist gerade ganz gut ja aber jetzt geht's nicht Schildsplitter zerstören ist die Hauptaufgabe Schildsplitter Verschleierung verhindern wo sind denn hier Schildsplitter dann müssen die Gegner hier töten okay ich würde gern auch wenn du mir dann böse sein könntest aber irgendwo hoch ja mach doch das Problem ist nur ich weiß nicht wo ja ich oh Gott nee das war ne doofe Sache hier ist nicht so richtig mit hoch aber da vielleicht ja und hier hoch ist scheiße wir müssen die Verschleierung aufhalten das heißt wir müssen die Kerle töten schade kann ich nicht auf den Pilz hoch alter geil ich hab auch ein das Problem ist nur ich werd hier abgeschossen wie so ich weiß jetzt hab ich mir einen Pilz genau in der Nase gespawnt ne ich steh in der Mitte auf dem Pilzbaum ja das ist schön für dich aber ich komm da nicht hoch ich weis das ist voll der Cheater-Jaw alter ich würde dir echt gerne helfen aber ich weiß nicht wie ja geht halt nicht ich muss mir ein bisschen Zerwartung zu machen da geht's das Kumpel machst du Platz ich mein bestes muss man fett nachladen ich versuch dich von oben ein bisschen mit zu beschützen aua 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 von wo denn hä wo bist du ich ran hier unten drinnen rum ah ok ich hab versucht so viel wie möglich zu töten weil ich immer noch der Meinung bin das gilt erst wenn du die Kerle geboten hast ja wir können schon weiter ne ja ist ok ach jetzt geht's jetzt geht's off sagen wir es mal so ja scheiße ich hab hier drei Gegner ich würde dir echt gerne helfen ich komm hier nicht durch ich geh das Ding aber schon mal aktivieren ja mach 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 ich bin rein ah ok du bist rechts leicht rechts ich geh drauf oder soll ich ja ich steh geh drauf wenn du's machen kannst geh drauf ich steh drauf aber ja ja ist ok der Sammler kommt ab ah alles klar so hoch hier war oben hier war oben ist da die falsche Seite oben ui ist egal erstmal nee ist nicht egal erstmal sag ich so ich bin auf dem Weg zu dir mhm bin oben mhm aber in vier Minuten schafft ihr das nicht den kompletten Stein da auseinander zu nehmen ja aber noch schneller geht's ja kaum bei uns naja also wir sind ja echt schnell jetzt ne ich nehm den dicken naja ich muss erstmal nachladen hinter uns sind zwei oh Gott nachladen ich muss nachladen hinter uns was macht denn eigentlich F weiss nicht alter voll die fette Rakete raus und so das hätte ich mal eher das hätte ich mal eher wissen müssen schade brauche aber ewig bis das mal wieder nutzbar ist ähm kommt einer entdecken hallo dann müssen wir auch jetzt zwei dünner hallo 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 wir haben drei Minuten wir haben noch nicht einen Punkt das haben wir auch noch nicht das haben wir auch noch nicht ich weiß es nicht irgendwas ist jetzt wir sind doch aber viel schneller gewesen eigentlich huch hat er mich jetzt getroffen pass auf wir kommen drei nach oben ja bin da huch hallo na Digga zumal haben wir uns nie immer aufgehalten und nichts mit irgendwas sehr merkwürdig ich bin verwirrt wir haben zwei Minuten noch nicht einen echt komisch ansonsten müssen wir uns wirklich trennen aber du hast kein agileren wie den ne ne schade ich würde ich würde klarkommen mit dem ist die Frage noch ist die Frage noch wenn wir jetzt unten an dem Kristall stehen ob dann das abbauen schneller geht ich weiß es nicht zwei Minuten ich könnte unten rumhuppen wenn du willst ja ich würde auch mal gucken bis ich irgendwie was aktivieren kann ja die Chance der Stirbzeit ist halt auch größer naja also kannst du eigentlich jederzeit wieder hochgehen ich krieg auf jeden Fall mehr ab ja ist ja klar oder wir müssen halt gucken dass du den Benedikt danach auch noch kriegst ja man muss jetzt glaube ich bestimmt Friedenssüter irgendwas machen wahrscheinlich drei würden nun Friedenssüter spielen aber ja denke ich auch bald aber der hat auch einen Doppelsprung zum Beispiel und wenn du es gilt hat er sogar einen Dreifachsprung 1 von 3 bei 44 Sekunden ich weiß es nicht der ist cool der Typ ich mag den der ist mir sogar noch lieber wie der Dicke wenn ich ehrlich bin ehrlich sein darf oh Gott ich bin gleich ich muss irgendwo hoch alter was ist denn das Heilungskuchen bitte bitte oh danke hui müssen wir kurz hoch bleibt mir nichts anderes übrig ich bin hier in dem scheiß Ding gefangen ich krieg schaden ich soll nur scheitern sehr merkwürdig ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht kannst du mich fragen was du willst so wollen wir mal gucken dass wir dir den Benedikt freigeschalten kriegen oder was ja aber dann ist das alles was ich mitmach ja wir können aber jetzt aufhören mir ist das egal oh ich hab Rayna gekriegt ich hab Rayna gekriegt ich hab Rayna gekriegt und ein seltenes Beutepaket genau das hab ich gewohnt gehabt 9 und 11 Rocket Hawk 9 Titel Rocket Hawk hab ich gekriegt jetzt guck ich nochmal in die Kommande Zentrale was du für den Benedikt machen musst na das musst du gucken das weiß ich nie das seh ich bei mir ja nimmer Kommando Zentrale Ausrüstung Pakete Benedikt Kommando Rang 10 oder gewinne 5 Spiele als Friedenshüter na siehste wer ist denn ein Friedenshüter na zum Beispiel mein Ding na die ganzen Militärleute na toll das sind Friedenshüter mit dicken Knarren halt wo ist denn das sind das die mit dem ne das sind die mit dem Schild und dem Stern in der Mitte mhm so ja dann müsste ich hier den den Oscar Mike müsste ich versuchen Oscar Mike ach den 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 du vorhin hattest ne ist das ja mhm naja klar was bleibt denn die üfrig Oscar Mike was ist denn das was ist denn das wie das Spiel das ist halt auch hart ja ne wir machen morgen weiter wir gucken mal da ist auch einer gar Karriere Titel achso boah ich steig um sorry aber ich steig um ich finde den so cool den Benedikt mhm ich mache mir ich war ein Friedenshüter spielen um Friedenshüter zu kriegen ah Friedenshüter wer ist denn noch Friedenshüter na der Montana auf jeden Fall äh der Gal kannst du den den kannst du aber nicht spielen den Gal spielen ja stimmt älter ich habe fortgeschritten alles darum ist so was sind das auch so der ist gleich mal was ganz ich habe noch erscheinungsbild bekommen was ach so ja Pinky über euch nicht und alles los naja aber es bleibt denn der übrige schnau ja versuche nur das mal aber ich glaube nicht dass es da anbelnängt ja ich habe Rakete bekommen ja der ist halt schnell agil und mit dem kannst du halt gut ausweichen ist halt das Ding ne ich mag den der hat auch glaube ich ein übelst cooles ähm übelst coolen Skin hat er glaube aber den musst du kaufen wenn ich mich nicht täusche mhm nicht ach ne doch nicht so das sieht zum Beispiel ja Blackhawk wie hieß das Ding jetzt na das sieht ganz cool aus so ein bisschen in America Steel Helio Fager oh na gut schon mal Blackhawk kriege war das oh cool da würde ich auch so rumlaufen hm 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 wie kann ich denn das ach Charakter Rang 4 krieg ich den das ist ohne schon nicht schlecht der ist auch cool Charakter Rang 8, Charakter Rang 11, 14 Schließerausforderung Meister von Benedikt ab und dann krieg ich den Blackhawk das sieht cool aus ja das hab ich mal im Fernsehen gesehen hatte man im Fernsehen gesehen das ist ein Typ alter ne ok also hören wir jetzt an dieser Stelle erstmal auf war Juppsachter und da danke ich euch natürlich sehr vielmals sehr vielmals ist auch schön vielmals fürs Zuschauen wir sehen uns dann zu einer nächsten Runde einer nächsten Aufnahmesession einer nächsten Folge eventuell die Verbindung zum Horst wurde unterbrochen der Horst hat das Spiel beendet ja du bist ja auch der Vollhorst ja du bist ja auch der Vollhorst ja auf jeden Fall hoffe ich dass wir uns wieder sehen und vielen Dank fürs zuschauen machts gut bis hin und ciao 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 ciao